Und es geht munter weiter. Heute wieder Zombie Army 4, Dead War Horde und wir sind auf Graveyard Shift. Schauen wir mal. Auch eine Map die wir hier noch gar nicht gespielt haben. Bis jetzt lief es ja eigentlich ganz gut. Meistenteils. Sieht sehr verwinkelnd aus. Ihr sagt mir jetzt aber glaube ich nichts. Naja wenn das hier schon mal ist. Ja keine Waffen am Anfang. Ich mach mal die Tür auf. Ich weiß nicht. 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 Oder auch noch was. Ich habe eine Waffe gefunden. Ich sehe es schon. Warte mal, das ist der Raum, aus dem wir gekommen sind. Es ist wirklich noch nicht so viel frei. Also eine Waffe können wir glaube ich... Am Anfang echt vergessen. Munitionskiste gibt es. Also das ist doch gut. Na ja, das war es. Das ist ja nichts mehr. Also mit dem Schiff kannst du hier one-shot. Ja. Wenn man überhaupt etwas trifft, dann ja. 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 Ich habe keine Muni genommen. Das war's, ich schätze, warte mal, er hat ja Supply Crate Spotted gesagt, würde doch eigentlich bedeuten, dass hier rechts, ok, eine Tür aufgeht. Oh Gott, also eine Waffe habe ich jetzt noch nicht. Ich sehe schon welche, ganz hinten. Bewege sie doch auf dich zu, ne. Da will ich doch auch. Ne, die hinter dir ist, die trifft ja nicht. Achso. Oh, ich bin außer Muni. Ja, ich auch. Aber, sag mal, wo die Muni ist. Äh, bei dir? Ey, hier vorne hinter uns. Was? Hier vorne? Ach, tatsächlich! Guck mal! Ja! Ich werde noch ein bisschen zu starken hier. Jetzt mal einen am Leben jetzt, das wir ausrüsten. Ja! Hast du eine Zweitwaffe auch? Auf jeden Fall brauchen wir eine bessere Position dadurch dass wir da im Wasser stehen können Wenn wir uns nicht sonderlich gut bewegen, guck mal hier das ist, sieht ein bisschen aus wie ein Rondell Kann man hier rein, ne noch nicht, dann versuchen wir uns einfach hier vielleicht in der Mitte zu halten Schauen wir mal ob das machbar ist, dann stehen wir wenigstens nicht im Wasser Krabbler Oh In der Mitte haben wir sofort da, das ist so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, hinter dir steht noch einer auf Oh, die Kiste ist hier weg Siehst du sie? Die Munitionskiste? Noch nicht Ach, hier oben Hier oben, hier oben Ach, ihr habt Munition auch noch voll? Ich bin auch ein Idiot So, wir haben Schrotflinten Drilling, falls du wieder magst Ja, mutig Rechte Seite Hier liegen zwei Minen Ich weiß gar nicht, was ich aufgesammelt habe Okay Guck mal, hier entkommen wir raus Ja, gesehen Ja, gesehen Ja, bin bei dir Nein, nee, nein, 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 nein... Das wäre die Schlechtmögliche-Snapper-die-Signal-deckung. Ja, stimmt. Die ist zwar stark, aber... Ach, klar. Nee, meine ist irgendwie gar nicht stark. Das heißt, mit dem. Wenn selbst jemanden, den ich hier mit zwei Schüssen erledigen sollte, brauche ich fast reifen. Dann schieß doch mal auf den Kopf. Fuhre ich doch. Meistens. Der Suicide General? Ich habe nicht mal Suicider gesehen. Ich auch nicht. Ich habe nur auf dieses Kreuzerchen geschossen. Ist der letzte, hm? Ich weiß nicht, ob sich keine Schnapper gibt. Wir haben eine Kremade! Ah, von hier kamen wir. Ja, ja. Ich habe mich jetzt schon gewundert, du bist runtergelaufen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich einfach irgendeinen anderen Sniper bin. Ich meine... Ich finde alle, die außer Sniper sind. Egal. Ich bin der letzte. Soll ich? Ja, ganz ruhig. Gehen wir wieder auf den Spot hier oder was? Naja, ich lauf durch den Keller ja durch. Oder auch nicht. Ich bin nur verbillt. Geht doch. Ah! Die kommen jetzt hier. Auf unserem Spot. Geht alle weg. Hinter mir. Das Spot war gut, seine Runde. Ja, stimmt. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin im Feuer. Ich bin im Feuer. Bei Fragen, magst du nicht auf den schießen? Ich bin down gewesen. Dankeschön. Weil du kannst ja schießen. Achso, na gut. Ich glaube, ich habe die Sonne noch. Zwei. Oh Gott. Oh Gott. Das war jetzt echt... Was gibt es denn? Guck mal hier. Eine andere Sniper. Was denn für eine? Mit Infrarot. Ehrlich? Die sieht ja strange aus. Wo hast denn du die? Hier? Das ist genau dieselbe, die ich vorher hatte. Mit Infrarot. Ah ne, die G43 ist nicht so meins. Ja, ist... auch nicht so geil. Commander? ... ... ... Zwei Commander weg. Einer ist wieder da. Oh, Sniper. Vorsicht Und noch ein Cypher Ey, das sind die immer sofort wegkropsen, die ich ihm leider ankeliere Das sieht nicht so toll für uns aus gerade, wenn du gegenstarrst, Panzer zum alles Ah ja, ich versuche mitzuhalten Munition knapp, nur noch 3 Schuss Versuchst du mal einfach zu umlaufen Ja, der Commander, wo auch immer der ist, ne Ich habe ihn gerade eben wieder erledigt Ja, cool, flieh noch von hier rum Jupp Mach mal ein Zeichen Jo, Sniper weg, gut Der ist schlimm gewesen Ah, das fordert ganz schön was ab hier, ja? Ne, ich habe gar nichts gelassen hier jetzt oben Alle kommen nicht verkackt immer Haben wir noch Medikits? Ja, hier, gut So, jetzt Haben wir den wohl nicht gefunden? Naja, weil er da im Abseits mal wieder stand Ah, die Kiste ist weg Äh, ja, die unten Oh Gott Oh Gott Äh, Suicider Oh Gott Und ein Butcher Direkt voraus Ja, hinter uns sind auch wieder Zippis Pops Noch einer, noch einer, noch einer Genau Oh Gott Oh Gott Ja, der Butcher Der Butcher Was ist das? Ich habe eine Menge Vor allem Ja, ich habe eine Menge Ich habe eine Menge Doch Aufmerksamkeit Ich habe leider auch keine Muni mehr in meinem Sturmgewehr Ich bin hinten runter gesprungen, was denn? Ja gut, du hast weg Ich habe noch einen Grenadier hier bei mir Ich habe nur den einen gesehen Hui Eine angenehme Runde Ja gut, das haben wir ja gerade eben zu dir auch schon gesagt Und dann lief es ja doch ganz gut Ja Ja Ich habe eine Pistole mit Sniper-Vision Ehrlich Boah Boah Suicider down. You again. You did good. You got to go. You got to go. You got to go. So, all of you have to go. Yeah, one I have. Two. Check. check. Medkit muss ich auch wieder mitnehmen. Habe ich gerade eben eins gebraucht. Oh. Ist ja ein Zufall. Ist gestolpert. In der Stolpermine? Nein, in meiner Faust. Achso. So, vorletzte Runde. Oh, guck mal oben. Neue Waffen. Was gibt es da? Neue Sniper. M1. Ne, MP43. Oh, die nehme ich. Guck mal. Ah, das ist ein Sturmgewehr. Ja, ja, das ist ein Sturmgewehr, richtig. Sekundärwaffe. Ein Sniper weg. Oh, noch einer. Zwei oben. Einer weg. Einer angerettet. Einer über uns. Sniper. Ja, Sniper. Da ist der Commander. Ja, da die linke Seite. Einer weg. Einer weg. Einer weg. Immer noch. Das gibt es da gar nicht. Einer verschwinden. Stand von Bünder gerettet. Da ist noch einer. Was ist denn hier los? Oh, der weg. Die Verarschung ist. Oh, der weg da weg. Einer weg. Einer weg. Die Verarschung ist. Wieder ein Sniper. Oh, wie soll ich denn den treffen da hinten? Hab ihn. Oder du hast ihn? Äh, Scharfschützenkill, ja. Was hittet mich hier die ganze Zeit? Könnte möglich sein. Platz hatte hoch, komm. Wieder ein Sniper, oder? Halt's ab. Nee, unten sind zwei Spur, äh, Spurra. Ja. 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 So, mal sehen, was hier auf und zu kommt. Wahrscheinlich. Zwei ... Jutz mehr Dschilden. Und ein Gana? Ja, sie starten mit zu tun. Suicider, Fuzzy. Fuck! Er ist hier schild. Er ist hier schild. Oh Gott, ein Gana. Und ein Suicider. Und ein ganz viel Suicider. Oh, Suicider. Und ein Gana. 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 Tatsächlich. Hier unter dir. Wuuu Nice Mega nice Zoom Wow 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 Oh 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 Den kann man nicht mal finishen Weiß nicht Ich tucker gerade mit meinem Boot davon Eieieieiei Schön gemacht, schön gespielt Mhm